Uwe Koschin hat am Radio Bielefeld Mikrofon. Jetzt haben wir viele Hiobs Botschaften von an Schultern verletzten Arminen immer wieder hören müssen. Ramos fällt aus für den Rest der Saison Okugawa, ganz genauso Schlüsselbeinbruch. Jetzt haben wir endlich auch mal eine positive Nachricht. Fabian Kloos musste ausgewechselt werden gegen Fürth unter Tränen in ihren Armen. Die Tränen sind getrocknet. Wie geht es ihm jetzt? Viel, viel besser. Als ich am Samstagmorgen den Fuß gesehen habe, konnte ich mir ehrlicherweise noch nicht vorstellen, dass Fabian bereits Mitte der Woche wieder ins Training einsteigt. Aber die medizinische Abteilung hat sehr, sehr hart gearbeitet. Er hat ein sehr, sehr gutes Heilfleisch. Es ist Gott sei Dank keine knöchernde Verletzung. Insofern ist er seit gestern Mittwoch eben wieder im Trainingsbetrieb und im Einsatz. Am Wochenende steht jedenfalls Stand jetzt nichts im Wege. Er stürmt also in vorderster Linie. Einige wie Lassme haben sich empfohlen, auch weiter in der Startelf zu stehen. Okugawa fällt natürlich aus. Wie sehen Ihre Überlegungen hinsichtlich der Aufstellung und des Okugawa-Ersatzes aus? Ja, wir haben vorne schon noch einige Möglichkeiten. Es ist, finde ich, auch eine ganz gute Überlegung, mal darüber nachzudenken, ob wir wie gegen Düsseldorf nicht wieder mit zwei Spitzen starten. Das kann ein Duo Lassme-Kloß sein, aber genauso gut auch ein Duo Kloß-Serra. Insofern haben wir da schon sehr, sehr viele Möglichkeiten. Sio Corbeiano drängt sich derzeit sehr im Training auf und macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Ich finde, unsere offensiven Optionen sind immer noch da, auch wenn Masajas Ausfall natürlich ganz, ganz erheblich schmerzt. Und am Ende wissen wir alle, dass wir mit Jermaine Kunzbruch einen sehr, sehr talentierten Spieler in den eigenen Reihen haben, der jetzt hier unter mir mehrfach bewiesen hat, dass er in unterschiedlichen Positionen auch wirklich helfen kann und der natürlich darauf brennt, weil es ist sein Verein und hier will er sich zeigen. Und deswegen haben wir da schon ganz gute Optionen. Jetzt sind wir endgültig auf der Zielgeraden in der zweiten Liga angekommen, wenn es noch drei Spiele sind. Nach oben ist schon ein bisschen Abstand, nach unten auch ein bisschen Abstand, aber noch ein bisschen weniger Abstand. Wie ist im Moment die Ausgangssituation aus Sicht des Arminia-Trainers? Ja, es ist wirklich so, dass natürlich wir uns in eine Situation gebracht haben auf der Basis der letzten vier Spiele, wo wir einfach diesen Schwung nach meiner Ankunft einfach nicht mitnehmen konnten. Weder inhaltlich, da war ich nicht mit allen Spielen so einverstanden wie noch zu Beginn und dann eben auch nicht punktetechnisch. Ich möchte mich einfach auch ein Stück weit davon freimachen und distanzieren, dass das Ganze nur etwas mit Benachteiligungen zu tun hat. Die kommen mit Sicherheit erheblichst erschwerend hinzu. Das muss man klar so sagen und vielleicht hätten wir den einen oder anderen Punkt bei anderer Entscheidung mehr gehabt und identischen Spielverläufen. Aber am Ende wollen wir uns darauf reduzieren, was wir inhaltlich in die Waagschale werfen können. Da wissen wir, dass Kaiserslautern mit Sicherheit auch sehr, sehr stark über diesen emotionalen Faktor kommt, dass die Mannschaft auch sehr, sehr widerstandsfähig ist, was in der Lage ist, ein Spiel auch mit dem Betzenberg einfach nochmal zu verändern. Das bedeutet ganz, ganz viel Arbeit für uns, aber eine totale Reduzierung eben auf dieses Spiel. Darüber hinaus zu denken, wäre in der jetzigen Situation völlig falsch. Die Lauterer haben zuletzt noch in Nürnberg ganz spät einen Ausgleich geholt. Zuvor auch zu Hause mal gegen Rostock verloren, stehen jenseits von Gut und Böse. Sind also gesichert, waren noch oben dabei lange Zeit bis vor einigen Wochen. Wie erwarten Sie jetzt die Gastgeber im Fritz-Walter-Stadion? Ja, auf gar keinen Fall in irgendeiner Form mit ein paar weniger Prozent unterwegs. Ich glaube, das hat allerspätestens das Spiel in Nürnberg gezeigt, dass eine Mannschaft, von der Sie gerade gesagt haben, die ihr Ziel eigentlich schon überfüllt hat, die als Aufsteiger einen ganz, ganz langen Zeitraum oben mitgespielt hat und eine total herausragende Debütsaison nach dem Wiederaufstieg spielt, dass die sich in irgendeiner Form gehen lässt oder abschenkt. Das wäre ja in Nürnberg irgendwo logisch gewesen nach einem 3-1-Rückstand. Aber da hat man gesehen, wie viel Leidenschaft die Mannschaft einfach noch in dieses Spiel reingeworfen hat und am Ende Punkte zu holen. Und deswegen erwarten wir sie genauso bei 100 Prozent im Anschlag. Das Publikum verbietet alles andere. Deswegen brauchen wir da schon eine absolute Top-Leistung und sollten nicht darauf setzen, dass die irgendwo unter einem Aspekt unterwegs sind, der eher irgendwo so ein paar Prozent weniger zulässt. Bleibt Arminia auf jeden Fall drin? Ich glaube, das zu prognostizieren und zu versprechen wäre totaler Blödsinn, weil das kann man im Sport nicht. Am Ende werden alle alles in die Waagschale werfen, um die Klasse zu halten. Da ist jedem ja auch die Gefahr eines Abstiegs und der entsprechenden Konsequenzen klar. Insofern wäre es total blödsinnig, wenn ich heute sage definitiv und habe aber gar keine Mittel in der Hand, das auch zu garantieren. Und deswegen kann ich für mich und für die Mannschaft, für das Team sagen, wir werden alles in die Waagschale werfen, um diese Saison zu einem guten Ende, nämlich zum Klassenerhalt zu bringen. Und dafür kann ich garantieren, dass wir das mit 100 Prozent Engagement und Leidenschaft tun, mit 100 Prozent Inhalt, aber tatsächlich irgendetwas zu versprechen. Ich glaube, das wäre hier hellseherisch und einfach nicht seriös. Viel Erfolg weiterhin. Dankeschön.